Guten Morgen, es ist halb sechs. Ich bin vor einer halben Stunde rausgegangen. Es regnet draußen. Ich habe leider nicht mitgedacht, dass ich in den Park gehe, dass es regnet, dass es nächstes Jahr auch regnen wird. Und habe mir meine weißen Sneaker angezogen, die jetzt alle voller Scheiße sind. Ich hoffe, das geht ab. Ich habe wirklich krampft versucht, den Topf von gestern beizubehalten. Ich habe daran geschlafen, aber so gegen die Mitte des Tages, wo ich mich auch 50 mal ins Bett gelegt habe, war da nicht mehr schön. Und ich bin ja einfach perfektionistisch. Dort standen Dinge ab. Deswegen habe ich es selber versucht. Und es hat ganz gut geklappt. Jetzt bin ich hier unterwegs. Ich habe übrigens erst gegen vier oder so, ne drei, ein bisschen gegessen. Ich hatte bis dahin keinen Hunger. Meine Mutter hat mir irgendwie ein bisschen zu viel gegeben von dem Bulgur. Aber ja, das war ja auch meine einzige Mahlzeit und ich werde wahrscheinlich auch Abend essen. Also ich hoffe, dass es morgen alles mit dem Gewicht klappen wird. Heute Morgen war ich 300 Gramm weniger als gestern. Aber gestern floss ja aus Alkohol eigentlich gar nichts mehr. Ja. Ja. Das ist halbärfig. Ich möge mich mal noch ganz schnell. Also ich hatte heute gar keine Schule. Die anderen, die heute in die Schule mussten, hatten auch keinen Online-Unterricht. Weil, ja, die ersten zwei Stunden ist ausgefallen. Die letzten drei auch. So dritte, vierte wäre BWL. Aber da hat es erlaubt, zu Hause zu bleiben. Aber ich habe da auch nicht mehr gemacht. Also, ne. Nach dem gestrigen Tag heute ganz schön ausgeschlafen. Ich bin zwar heute irgendwie um fünf Uhr aufgewacht, aber habe dann zwar schon nicht schlafen können, bin dann aber trotzdem noch mal bis neun, ähm, eingeschlafen. Ansonsten warte ich nicht mal spazieren. Weil meine 10.000 Schritte gehen auch. Und morgen ist ja Freitag, also auch keine Schule. Und am Freitag, ähm, ist für mich dann der zweite Tag für diese Woche, wo ich in die Schule muss, beziehungsweise der dritte, genau. Montag war ich da, Dienstag war Prüfung. Freitag. Ja. Ich habe es jetzt heute, heute haben keine Videos mehr geschnitten. Ich glaube, es war jetzt am 10., dass ich geschnitten habe, heute.